Servus Leute, hier ist der Ander Serial. Heute möchte ich euch mal folgendes zeigen und zwar wie mache ich denn überhaupt meine Videos oder wie schaut denn das überhaupt aus, wie der Ander Serial überhaupt seine Videos macht. Ihr seht jetzt hier in diesem Bereich das Programm, das ich benutze und zwar ist das Sony Vegas Pro. Sony Vegas ist eigentlich ein ziemlich einfaches Programm. Grundsätzlich mal kann man da folgendes erklären, man hat hier seine verschiedenen Leisten, hat oben hier seinen Explorer zum Beispiel, wo man verschiedene Sachen hat wie zum Beispiel den Explorer, wo man seine Videos findet oder Übergänge, Video-Effekte, alles mögliche. Was ich eigentlich heute mal zeigen möchte ist, wenn man ein Video importiert in Sony Vegas, ist es wichtig, auf diese Einstellungen hier zu achten. Das heißt, diese Einstellungen hier müssen zum Beispiel HDV 720, 30p. Das entspricht genau diesem YouTube-Format, diesen 720. Man kann das Ganze natürlich auch noch erhöhen auf 1080. Da müsste man halt dementsprechend runtergehen. Achtung hierbei, hier wird natürlich ganz klar die Video-Qualität besser, weil es natürlich höher ist, aber auch das Video größer. Ich sage mal, grundsätzlich reicht diese 720er-Einstellung, die habe ich nämlich immer. Von den Einstellungen hier ist wichtig, dass hier 1280x720 steht und hier circa 30 Frames, weil mehr nehmen wir eh nicht wahr mit unserem Auge. Ich stelle hier immer 32 Bit ein, mache hier meistens optimal. Den Rest Audio und so weiter würde ich einfach hier so übernehmen, wie ich das hier habe, also Sample-Rate auf 48.000 und das Resampling auf Optimalstellen. Die anderen Einstellungen könnt ihr einfach so lassen. Da habe ich auch nichts geändert. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal das anschauen, einfach in dieser Time-Leiste oben läuft hier einfach das German Tailors Intro im Endeffekt und dann hier mein Intro und dann kommt das Match. Ihr seht es jetzt auch hier gleich in dieser Leiste. Und zwar die rechte Seite ist die ohne Effekte und die linke Seite ist die mit Effekte. Jetzt werden wir das Ganze natürlich mal anschauen, wie das im Spiel ausschaut. Das heißt, nehmen wir uns zum Beispiel mal einfach mal diese Szene. Man sieht hier, das Blut hat einen viel röteren Farbton, sieht viel farbenfroher aus. Ich wechsle jetzt das Ganze mal, weil die Waffe sehr blass ist. Das heißt, ich wechsle mal auf den linken. Zack, und jetzt sehen wir zum Beispiel hier das Ganze für die Waffe. Also die Waffe wirkt dadurch, sage ich mal, viel detailreicher. Sieht einfach schöner aus, wenn man diese Effekte drüber legt. Was das für Effekte sind, ist im Endeffekt ganz einfach. Und zwar auf der einen Seite braucht ihr die Helligkeit und den Kontrast zu verstellen. Das heißt, wenn ihr euch das aufmacht, dann zieht das einfach auf euer Video. Im Endeffekt so drauf, halt auf die Videospur. Und dann geht eigentlich ein Fenster auf. Das sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt in diesem Fall so. Das heißt, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen und den Kontrast einzustellen. Was ich hier immer mache, ist den Kontrast einfach hochzutun, damit die Farben ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Das nächste, was ihr als Effekt nehmt, ist dieser sogenannte Color Corrector Secondary. Ihr könnt auch den ersten nehmen, kommt meistens aufs Gleiche raus. Wichtig ist, dass ihr die Sättigung etwas erhöht. Ich habe es meistens so auf 1,5. Den Rest könnt ihr einfach so lassen. Das nächste sind die Color Curves. Da müsst ihr einfach ein bisschen experimentieren, sage ich mal, wie die Farben euch so gefallen. Also ich würde es nicht zu extrem machen, weil sonst schaut es auch ein bisschen unrealistisch aus. Das nächste ist der Sharpen, das heißt die Schärfe im Endeffekt. Da würde ich einfach nur einen kleineren Wert stellen, wenn überhaupt, dass man einfach diese Anzeigen hier zum Beispiel schön erkennen kann, die Namen erkennen kann, unten diese Anzeigen oder hier die Anzeigen schön erkennen kann. Ich sage mal grundsätzlich, das hier, wenn man erkennen kann, unten die Munitionsanzeige erkennen kann, dann ist das Ganze auch top. Das war so vom Video an sich, was die Qualität betrifft, was die Einstellungen betrifft, was die Effekte betrifft. Das letzte und wichtigste ist natürlich das sogenannte Rendern. Das heißt, wenn ihr ein Video rendert, geht ihr hier bei Sony Vegas auf Datei, Rendern als und habt jetzt hier unten verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, tausend verschiedene Sachen. QuickTime ist eine super Variante, macht grundsätzlich viel Sinn, weil es YouTube sehr gut verarbeiten kann. BMV macht grundsätzlich viel Sinn. Ich persönlich bin der MP4-Fan. Das heißt, ich stelle hier einfach Sony Vegas MP4 oder AVC hier heißt es ein. Dann kann man es als MP4 hier speichern mit seinem irgendwelchen Namen. Von der Vorlage her wählt erstmal Benutzerdefiniert. Die könnt ihr euch dann hier mit diesem Speichern-Symbol abspeichern. Habe ich jetzt hier gemacht. Und zwar Videoformat stellt ihr AVC ein, macht High Definition, also in dem Fall die 720er Variante. Profil Baseline, Kabak hier als Entropy-Codierung und die Framerate wieder auf 29,970. Haltet einfach diese 30 Frames pro Sekunde. Bitrate könnt ihr bei 11,5 lassen. Die Haupauk zeichnet bei mir mit einer Framerate von 12 auf, was völlig ausreichend ist. Die Videos werden dann nach dem Rendern, ich sag mal so 500 MB groß sein, was bei YouTube so circa eine Stunde ungefähr ausmachen müsste. Hängt von eurer Leitung natürlich ab. Zum Audio, ARC, 48.192 Kilobits als Verarbeitungsbitrate und Stereo. Ihr braucht hier keinen 5.1 Surround, weil das hört eh kein Mensch, dass ihr bei YouTube 5.1 habt. Beim System her kann man MP4 hier wählen, Projekt Videoqualität hier könnt ihr natürlich Entwurf, Vorschau, gut, optimal wählen. Ich habe hier meistens das, was in der Projekteinstellung verwendet wurde. Habe aber auch mir gut und optimal abgespeichert. Kann aber so richtig einen Unterschied nicht, sag ich mal, feststellen. Außer, dass es dann vielleicht ein Tick besser ist, aber das merkt eh kein Schwein. Oben auf das Speichern-Symbol klicken, das war's. Dann auf Speichern hier und er exportiert. Ja Leute, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, jetzt wisst ihr mal so ein bisschen, wie wir die Videos machen bei German Taters. Und auch, wie ich meine Videos mache, weil jeder hat natürlich seine eigenen Einstellungen, die ihr hier vornimmt. Diese, was ihr jetzt von mir gesehen habt, sind einfach meine Favoriten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den genaueren Werten oder sowas, schreibt mir einfach eine Message. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das einfach jetzt mal gleich. Und der German Taters Channel würde sich natürlich auch freuen, wenn er ein paar Abonnenten noch dazu bekäme. Also, das war's von meiner Seite, Leute. Servus!